Berlin Berlin, die fünftgrößte Stadt Europas. Eine Stadt, welche großen Wert auf eine nachhaltige Zukunft liegt. Einen Schritt, diese nachhaltige Zukunft zu erreichen, ist Urban Gardening. Und was Berlin genau mit Urban Gardening zu tun hat, werden wir uns jetzt anschauen. Berlin, 6 Millionen Menschen, 890 Quadratkilometer Fläche, 96 Ortsteile und 12 Bezirke bieten die besten Voraussetzungen für Urban Gardening. Doch zuerst einmal, was bedeutet überhaupt Urban Gardening in Berlin? Als Urban Gardening bezeichnet man Gärten, die sich inmitten eines Stadtgebietes befinden. Doch wo kann man Urban Gardening betreiben? Man schätzt, dass viele Dächer Berlins ein großes Potenzial an Fläche beherbergen, welche man durch Urban Gardening nutzen könnte. Wie viele Urban Gardening Projekte gibt es in Berlin? Bereits heute haben sich weit über 100 Projekte entwickelt. Diese Projekte verteilen sich über ganz Berlin. Welches Projekt ist das größte? Das größte Urban Gardening Projekt in Berlin sind die Prinzessinnengärten. Der Komplex umfasst eine Fläche von rund 6000 Quadratmetern. Wird immer die ganze Fläche bepflanzt? Nein. Meistens ist es nicht möglich, die gesamte Fläche in den Projekten zu nutzen, da ein Abstand zur Straße benötigt wird. Abgase oder andere Schadstoffe könnten sonst ins Gemüse gelangen. Wie groß sind alle Gartenprojekte der Stadt zusammen? Die Gesamtfläche aller Gärten der Stadt umfasst eine Fläche von 414 Hektar. Das ist allerdings nur ein Bruchteil der Fläche, welcher noch genutzt werden könnte. Was lässt sich alles anbauen? Vom Rosmarin bis zur Tomate ist grundsätzlich alles möglich. Es werden meist Sorten gewählt, die nicht allzu viel Pflege bedürfen, da viele Urban Gardening als Hobby betreiben. Hier an der Ruheplatzstraße befindet sich das Urban Gardening Projekt Himmelbeet. Musik Lutsang! Hi! Darf ich euch zwei Fragen stellen? Ja! Gerne! Jetzt haben wir schon Wald Ende November, Mitte November. Was gibt es da noch zu tun? Was arbeitet? Wir müssen jetzt die ganzen Beete winterfest machen. Das sind Beete, die wurden für die Saison gemütet. Und wenn dann alles abgeämtet wurde, kommen manchmal die Leute dann auch nicht wieder, um nochmal alles inzufliegen und die Erde für den Winter vorzubereiten. Und das machen wir! Ja! Und das macht ihr jetzt? Das sieht dann erstmal so aus. Genau! Und nach ein bisschen Arbeit sieht es dann auch nicht so aus. Okay! Das ist euer eigener Bereich? Oder das gehört nicht? Oder den macht das für die anderen? Wir haben gar kein Beete hier. Wir kommen hier extra hin, um einfach ein bisschen zu arbeiten und zu arbeiten. Nachdem wir ein paar Eindrücke im Projekt sammeln konnten, haben wir uns auf den Weg zu Hanna-Lisa Linsmeier gemacht. Sie ist die Leiterin des Urban Gardening Projekts Himmelbeet. Was gibt es beim Himmelbeet? Ja, was gibt es beim Himmelbeet? Wir haben einen interkulturellen Gemeinschaftsgarten aufgebaut, der Himmelbeet heißt. Da haben wir einmal den Teil mit dem Gemeinschaftsgarten, also wo die Leute vorbeikommen können und bei uns mitgärtnern. Wir haben den Ertrag, also die Ernte verkaufen wir, wir verkaufen auch Jungpflanzen. Und dann haben wir auf der anderen Seite einen Teil, wo die ganzen Pachtbeete sind. Wir hatten jetzt in der Saison 2013 140 Pachtbeete, wo Leute aus der Umgebung eine Box, also wir gärtnern in mobilen Hochbeeten, eine Box pachten konnten. Außerdem haben wir ein kleines Café, wo wir Gartensandwich und Kuchen und was zu trinken anbieten und machen Kulturveranstaltungen. Also es gibt bei uns Tango-Abende, Lesungen und natürlich ganz viel Umweltbildung. Also wir machen viele Workshops für Kitas, Schulen, aber auch für andere Forschungseinrichtungen. Gibt es irgendwelche Richtlinien, welche sich unterordnen oder ökologische Grundsätze, die Sie sagen, die befolgen wir? Ja, also es ist so, dass wir eben versuchen ökologisch zu gärtnern, beziehungsweise das tun, nicht nur versuchen. Also wir benutzen nur torfreie Erde, wir benutzen keinen chemischen Dünger, dann haben wir eben den Fokus auf alten und regionalen Sorten. Ja, das sind so die Grundsätze. Die Bevölkerung von Berlin, ist die bereit, solche Produkte zu konsumieren oder sehen Sie auch den Effekt von diesen Produkten oder die Vorteile und überzeugt Sie das damit, dass Sie mehr ausgeben für Produkte aus Ihrer Stadt als Produkte aus dem Supermarkt? Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Also wir sind jetzt hier in einem sozialen Brennpunkt von Berlin, wo die Arbeitslosigkeit sehr, sehr hoch ist. Also ich glaube, am höchsten in Berlin oder wir stehen an zweiter Stelle, glaube ich. Und einfach nicht viel Geld da ist, also nicht so viel wie in anderen Bezirken. Natürlich sind wir, die wir das Projekt machen, glaube ich, gehen alle sehr bewusst damit um, was wir konsumieren, wie wir konsumieren, woher die Sachen kommen. Aber es ist, wir sind ja auch ein bisschen stolz drauf, dass die Leute aus der Umgebung hier, die vielleicht wirklich nicht viel Geld haben, dass sie gucken und sagen, ach Mensch, toll, das kostet jetzt vielleicht mehr als um die Ecke im Supermarkt, aber das wächst hier. Und ich will das mal ausprobieren, vielleicht auch, weil ich die Pflanze überhaupt nicht kenne oder diese Sorte. Die Tomate habe ich noch nie so gesehen und die schmeckt natürlich auch anders und sie ist halt einfach unvergleichlich frischer dadurch, dass sie zehn Meter weiter gepflückt wurde und nicht aus dem Supermarkt kommt. Welchen sozialen Aspekt befindet sich oder bildet der Urban Gardening zwischen den Menschen, die dort mithelfen zu arbeiten, zwischen den Menschen, die das Projekt sehen, daran vorbeilaufen, sich Gedanken machen? Das sind unterschiedliche Dinge, denke ich. Also es geht uns viel um Partizipation, das heißt, dass die Leute mitmachen und der Garten ist ein Ort, der offen für alle sein soll. Also egal, was die Leute für einen sozialen Hintergrund haben, egal aus welchem Land sie kommen, was sie für eine Sprache sprechen, ob sie jetzt studiert haben oder nicht, ob sie jung sind oder alt. Also im Grunde ist es so, dass wir auch eine Plattform bieten für Projekte und Ideen von den Leuten, die in den Garten kommen, die wir versuchen auch ernst zu nehmen und dann umzusetzen. Das Gärtnern ist auf jeden Fall ein verbindendes Element, das heißt, die Leute kommen und lernen sich kennen, sprechen vielleicht nicht die gleiche Sprache, aber das ist auch gar nicht so wichtig, weil man auch viel mit Händen und Füßen erklären kann. Und durch die, wir haben ja hier einfach sehr viele Anwohner mit Migrationsanteil und es ist auch ein voneinander Lernen. Also es gibt Workshops, wo die Leute mitmachen können, es gibt aber auch Leute, die in den Garten kommen, eine türkische Dame, die sagt, ach Mensch, hier, die Pflanze, die kann man doch essen, das ist kein Unkraut, damit koche ich immer, das ist so wie Spinat oder so. Also es gibt sehr viel Austausch oder Leute, die dann Samen mitbringen aus ihrem Heimatland oder Pflanzen. Also es ist ein sehr lebendiger Ort, der Verbindungen schafft und auch eine Art Wissenspool, wo jeder, der hinkommt, sein Wissen und seine Fähigkeiten mitbringt und die auch noch vergrößert oder vermehrt, durch die Dinge, die er im Garten tut, der dann vielleicht ein Bücherregal baut, obwohl er eigentlich den ganzen Tag nur am Computer sitzt oder sich freut, wenn er mal Erde schippen darf, weil er einfach nur in der digitalen Welt unterwegs ist. Finden Sie, dass Urban Gardening die Lebensqualität der Anwohner und der Menschen, die mithelfen, wirklich steigert, verbessert? Auf jeden Fall. Also wir sehen das im Grunde jeden Tag im Garten. Einmal natürlich durch das Engagement der Leute, wenn sie kommen und sich engagieren. Das macht sie einfach glücklich. Sie haben eine stressige Arbeitswoche und kommen dann am Samstag, um da in Ruhe zu bauen oder in der Erde zu wühlen. Das macht die Leute glücklich, glaube ich, einen Ort zu haben, wo sie auch keinem Druck ausgesetzt sind oder einfach das machen können, auf was sie Lust haben. Und auch was mit den Händen zu machen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und das andere ist natürlich, dass wir sehen, dass viele Leute in den Garten kommen, um ihre Mittagspause da zu machen, mal ein Brötchen zu essen in Ruhe, ein Buch zu lesen. Wir haben eine Dame aus Russland, die kommt ab und zu und sonnt sich in der hintersten Ecke im Garten im Bikini und dann türkische Omas, die ihren Enkelinnen zeigen, wie der Spinat wächst. Also das ist, glaube ich, auch sehr wichtig und sehr schön, dass es ein Ort ist, wo die Leute nichts zahlen müssen. Sie können einfach hinkommen. Sie können sehr gerne natürlich einen Kaffee trinken oder was ernten, aber sie müssen nicht. Sie können sich einfach irgendwo in der Ecke setzen und ihr Buch lesen oder sich unterhalten, Picknick machen, zum Konzert kommen. Also ich glaube, das steigert die Lebensqualität auf ganz unterschiedliche Weise. Und da natürlich noch der Aspekt, dass sie einfach frisches Gemüse und auch Bio-Jungenpflanzen direkt um die Ecke kaufen können. Wir befinden uns hier auf dem Gelände der Technischen Universität Berlin, um das Ganze von wissenschaftlicher Seite her zu betrachten. Deshalb treffen wir nun die Professorin Katrin Bohn aus ihrem Fachgebiet Stadtentwicklung und Ernährung. Wie weit könnt ihr eurem Gardening zur Versorgung der Stadt beitragen oder der Bevölkerung? Siehst du, und da kommt es schon, da ist schon dieser Unterschied, wenn man die Gesamtbandbreite betrachtet, die urbane Landwirtschaft betreiben könnte, bespielen könnte, dann schätzen wir in unserer Forschungsarbeit, dass man vielleicht 20 bis 30 Prozent in der Stadt selber produzieren könnte. Das sind aber keine Gemeinschaftsgärtner wie beim Urban Gardening. Das wären dann auch kommerziell aktive Stadtbauern. Sie haben ja bereits erwähnt, dass aktiv geforscht wird im Urban Gardening. Wo finden Sie, macht das am meisten Sinn oder wo forscht man am intensivsten? Will man möglichst produktiv sein oder sich flächenmäßig möglichst ausweiten können? Das urbane Gärtnern wird stark beforscht und man kümmert sich da vor allen Dingen um soziale Aspekte. Also wie können diese gemeinschaftlichen Gartenaktivitäten zum Beispiel dazu beitragen, dass eine Nachbarschaft sich besser mit dem Außenraum identifiziert. Das ist zum Beispiel das, was wir in dem Projekt, was ich mit TU-Studenten in Marzahn betreibe, beforschen. Urbane Landwirtschaft beschäftigt sich außerdem auch mit den städtischen Nahrungssystemen insgesamt. Ein städtisches Nahrungssystem ist das Gesamtsystem der Vorgänge und Prozesse, die nötig sind, um unsere Städte zu ernähren. Also von Transport, Verkauf, Erzeugung, Samengewinnung, Abfallaufbereitung. Also dieses Gesamtsystem der Prozesse, die nötig sind, damit Städte ernährt werden können, sind ja städtische Nahrungssysteme oder Ernährungssysteme. Und die werden auf einer ganzen Bandbreite von Spezialisierungsrichtungen geforscht. Zum Beispiel politische Entscheidungen, wie beeinflussen die die Ernährung der Städte. Planungsentscheidungen, wie kann Stadtraum zur Verfügung gestellt werden. Wie kann man es erreichen, dass Nahrungsmittelproduktion in der Stadt genauso ernst genommen wird wie Autoverkehr. Da gibt es ja ganz viele Legislativen, die sich damit beschäftigen. Also auf dieser Nahrungssystemebene wird geforscht und dann wird auf der urbanen Landwirtschaftsebene auch geforscht. Also sowohl praktisch und prozesshaft. Wer macht das und wo macht man das? Und auf wie vielen Hektar kann man ernten und in einer Stadt, wie würde man das mit Maschinen betreiben? Geht es hier um biologischen Anbau oder nicht? Was ist mit Schadstoffen, die vielleicht in der Luft vorhanden sind? Die Schadstoffe ist gleich ein gutes Stichwort. Finden Sie, dass die Qualität von Urban Gardening Produkten schlechter ist, als die von konventionell erhältlichen Produkten? Es gibt, wenn man die in der Stadt produzierten Nahrungsmittel genau analysiert, teilweise den Nachteil, dass diese Produkte mehr mit Schadstoffen belastet sind als andere, die nicht an dem bestimmten städtischen Standort produziert wurden. Da gibt es gerade für Berlin eine Studie, die sowas kürzlich untersucht hatte. Es kommt aber darauf an, welches Gemüse oder Obst, denn das betrachtet man meistens, oder Kräuter und Salate, es kommt darauf an, um welches es sich handelt und wo es produziert wurde und was der Vergleich ist. Wenn du im ländlichen Raum an der Autobahn produzierst, sind möglicherweise die Schadstoffbelastungen auch nicht geringer. Also man muss ganz genau schauen, um welches Erzeugnis es sich handelt, aber das ist tatsächlich ein Problem. Dann einen ganz anderen Aspekt. Fettleibigkeit ist in Deutschland ein sehr weit verbreitetes Problem. Kann Urban Gardening vielleicht ein Bewusstsein für gesündere Ernährung schaffen und kann dieses Bewusstsein dazu führen, dass die Fettleibigkeit vielleicht sogar abnimmt oder zurückgeht? Das ist eine gute Frage, weil gerade das auch Teil dieser ganzen Nahrungsmittelproduktion in der Stadt ist. Da gibt es auch Forschung, aber im Moment noch recht wenig, die präzise ist. Wenn man auf dem Balkon selber Kräuter anbaut, dann wird man sich den Salat dazu kaufen. Dann wird man also seine Kaufgewohnheiten umstellen. Es gibt auch Forschung aus England in dem Fall, in der nachgewiesen wird, dass Leute, die selber in ihren Kleingärten, die ja auch eine Form von urbaner Landwirtschaft sind, aber nicht Urban Gardening, wenn man in dem eigenen Kleingarten produziert, dass man sich über die Sommermonate beinahe ausschließlich von den Produkten ernährt und dass man auch in den Randsaisons die eigenen Produkte dann durch zugekaufte Obst und Gemüse ergänzt. Und Grund von Fettleibigkeit, wie das ja in den meisten Industrienationen ist, ist ja zu viel Fett, zu viel Zuckerkonsum. Wenn man also über solche Wege seinen Nahrungsbedarf abdeckt, dass man zum Beispiel weniger Fleisch isst. Und ja, also diese Bewusstseinsänderung ist ein ganz wichtiger Faktor, der Teil dieser Nahrungsmitteldebatte ist und wird. Wir befinden uns hier am Mariannenplatz in Berlin, wo wir Christian Honnes, einem Mitglied der Grünen Berlin, einige Fragen zu den politischen Aspekten von Urban Gardening stellen möchten. Förtet Ihre Partei Urban Gardening in Berlin? Ja, also wir haben viele Nachbarschaftsprojekte, interkulturelle Nachbarschaftsprojekte, wo gegärtnert wird hier im Bezirk. Und wir finden das richtig, weil das eine gute Idee ist, um Leute aus der Nachbarschaft zusammenzubringen. Und weil es ja auch schön ist, wenn in der Stadt grüne Flächen gibt, wo man gemeinsam gärtnern kann, als wenn dort bebaut wird. Und wir haben das nicht nur im Wahlprogramm stehen, sondern wir haben hier auch im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, wo wir an der Bezirksregierung sind, Projekte, die wir unterstützt haben. Hier vorne, hinter dem Gebäude dort vorne, ist ein interkultureller Nachbarschaftsgarten, der heißt Tonsteine Gärten. Und den haben wir mit unterstützt. Das gab ein Projekt, die Initiative von Anwohnerinnen und Anwohnern, die das machen wollten. Und wir als grüne Fraktion haben das mit unterstützt und auch mit dafür gesorgt, dass das Ganze jetzt ein erfolgreiches Urban Gardening Projekt ist. Inwiefern profitiert die ganze Stadt Berlin von Urban Gardening, von diesem Trend, wenn man das so sagen kann? Ich glaube, das muss man unterscheiden auf verschiedenen Ebenen, also wo Berlin profitiert. Ich glaube, Berlin profitiert einerseits von sauberer Luft. Je mehr Grün in der Stadt ist, je mehr Pflanzen in der Stadt sind, desto mehr Staub, Feinstäube werden von Pflanzen quasi aufgefangen. Also wenn es mehr Bäume gibt, dann wird auch mehr Feinstaub von den Bäumen aufgefangen. Die Luft wird besser, Bäume binden aber auch CO2, was natürlich auch ökologisch sinnvoll ist. Da profitiert dann Berlin nicht ganz so stark, weil da profitiert vor allem dann das weltweit ein wenig durch mehr Bäume. Aber Berlin profitiert natürlich auch, wenn weniger Verkehr ist, wenn man Gemüse normalerweise in Supermärkten einkauft. Das muss mit dem Auto transportiert werden von den landwirtschaftlichen Erzeugern zu den Verkaufsstellen in den Supermärkten. Wenn direkt in der Nachbarschaft angebaut wird, dann sind die Produktionswege ganz kurz und das sorgt auch für weniger Verkehr. Wenn das im größeren Maßstab passieren würde, wäre das natürlich auch besser für die Stadt. Auch für Berlin wie auch für andere Großstädte gibt es ja ein Lebensqualitätsrating, also welches einstuft, wie die Lebensqualität in dieser Stadt ist. Denken Sie, Urban Gardening könnte dazu beitragen, dieses Rating oder Berlin in diesem Rating etwas höher zu setzen? Ich kenne jetzt nicht genau die Kriterien für dieses Rating, aber prinzipiell glaube ich, sagen zu können, dass man fühlt sich, glaube ich, in einer Stadt wohl, wenn man sich mit den Menschen vor Ort wohlfühlt und wenn man den städtischen Raum gut findet. Und ich glaube, der städtische Raum ist dann interessant, wenn es viel Grün in einer Stadt gibt, wenn es nicht alles nur Beton ist, sondern wenn es eine lebenswerte Stadt ist, wenn Platz ist für Kinder zum Spielen, für andere Sport machen in den Parkanlagen. Also wenn es Grün in einer Stadt gibt, dann ist das schön und Urban Gardening ist eine Form von Grün in einer Stadt. Und ich glaube, deshalb trägt es dazu bei, dass eine Stadt beliebter wird, dass man sich in einer Stadt besser wohlfühlen kann. Aber Urban Gardening trägt ja auch dazu bei, dass die Menschen untereinander stärker oder stärker miteinander zusammen etwas machen. Also in Friedrichshain-Kreuzberg wohnen Menschen aus 180 Nationen der Welt. Das heißt, es sind viele verschiedene Kulturen und in diesen interkulturellen Gärten, da treffen die aufeinander. Klar, da gärtnern sie gemeinsam, lernen unterschiedliche Kulturen kennen. Und ich glaube, dass auch deshalb Urban Gardening eigentlich gut ist, damit sich die Menschen wohler fühlen in einer Stadt. Das funktioniert so, verschiedene Kulturen zusammen in einem Projekt, dass man sich eine Meinung. Da sind sicherlich nicht immer alle einer Meinung, aber sie lernen sich kennen und sie lernen sich natürlich auch in ihrer Verschiedenheit kennen. Also die Berliner Bevölkerung, ist die ja bereit, zum Beispiel etwas zu investieren in Urban Gardening? Oder sagt sich sogar, wir wären bereit, solche Produkte zu kaufen, auch wenn sie etwas mehr kosten würden? Oder ist das noch nicht so das Thema? Also ist mehr Supermarkt fertig? Also ich glaube, es gibt ja hier in Berlin oder auch gerade in Friedrichshain-Kreuzberg schon auch eine große Szene von Menschen, die sich biologisch ernähren. Es gibt wahnsinnig viele Bioläden und auch Biosupermärkte hier in der Stadt. Trotzdem ist Urban Gardening in dem Bereich eher ein Randphänomen, weil die Leute, die auf den wenigen Flächen aktiv sind, die nutzen diese Produkte meistens selber. Wenn man das im großen Stil machen würde, könnte ich mir vorstellen, dass das viele Leute interessant fänden. Also ich selber habe schon Honig gegessen, der hier in der Stadt von Bienen erzeugt worden ist. Es gibt ja auch Internetportale, wo man sich angucken kann, wo man selbst ernten kann. Also es gibt zum Beispiel eine Straße im nördlichen Kreuzberg, wo Haselnüsse angepflanzt sind und man diese Haselnüsse dann selber ernten kann. Und das habe ich auch schon gemacht. Die schmecken eigentlich ganz normal wie Haselnüsse. Aber ob das im großen Stil möglich ist, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Nun wissen wir, Urban Gardening verbindet Menschen, fördert soziale Kontakte und das Bewusstsein für Lebensmittel. Und kann ein interessantes Hobby sein. Doch ist es auch möglich, Urban Gardening kommerziell zu nutzen? Wir befinden uns hier vor den Prototypen eines Containers von Efficient City Farming, einem Projekt aus Berlin. Was ist mit Efficient City Farming genau gemeint? Also Efficient City Farming, das ist der Name unserer Firma. Wir planen und bauen aquaponische Farmsysteme im urbanen Raum, als Stadtfarm, auf dem Land als Industriefarm. Was hat es mit dieser Containerfarmlösung genau auf sich? Also die ECF Containerfarm ist unser Prototyp, in dem wir ein aquaponisches System eingebaut haben. Aquaponik ist die Kombination aus Fischzucht, Fischaufzucht und Hydroponik, Pflanzenanbau und Wasser. Das Ganze ist ein Kreislaufsystem, in dem die Fische den natürlichen Dünger für die Pflanzen geben. Die Pflanzen verwerten diesen Dünger, wachsen dadurch hervorragend und somit kann man Fische und Gemüse in einem Kreislaufsystem sehr ressourcenschonend anbauen. Diese Containerfarmlösung, wie ist die genau aufgebaut? Also eben Fische und das Produkt oder die Hinterlassung der Fische kann man zum Düngen verwenden, klar. Aber der Kreislauf, wie ist da genau der Ablauf? Also das Ganze funktioniert so, man hat die Fische in einem Becken, die Fische werden gefüttert, das Wasser mit den Ausscheidungen durchläuft zwei Filter. Das eine ist ein Sedimentfilter, da werden die Schwebstoffe im Wasser ausgefiltert auf mechanische Art und Weise. Der zweite Filter ist ein Tropfkörperfilter, in dem die Oberfläche vergrößert wird. An dieser Oberfläche sitzen Mikroorganismen, die das Ammonium, also das ist der Pipi der Fische, umwandeln in Nitrat. Und Nitrat ist klassischer Pflanzendünger. Der wird verwendet dann in der Hydroponik zum Pflanzenanbauen. Was kann in solchen Containerfarmen, wie wir auch bereits vorhin gesehen haben, vielleicht in Prototypen, als gepflanzt werden? Alles mögliche. Also man kann natürlich Speisefisch herstellen. Es gibt verschiedene Fischsorten, die sich dafür eignen. Wir arbeiten mit Buntbarschen momentan, wollen nächstes Jahr mit Baramundi arbeiten. Und in Sachen Gemüse ganz, ganz viel. Es gibt über 400 Sorten, die man in einem hydroponischen System anbauen kann. Auberginen, Zucchinis, Tomaten, Gurken, Chilis, Kräuter jeglicher Art, Salate. Inwiefern werden die Produkte in einer Containerfarm ökologisch angebaut? Also es ist so, dass generell für hydroponische Produkte kein Siegel vergeben wird. Das hat also kein Bio-Siegel. Ich sage, wir sind einen Schritt weiter als das Bio-Siegel, weil als Beispiel, wenn du so eine Tomate nimmst, die ist vielleicht nach den Richtlinien des Bio-Labels angebaut. Aber wenn du weißt, dass die eben auch aus Marokko kommen, dann fragt sich, wie biologisch ist eigentlich diese Tomate? In dem Label wird festgehalten, dass Produkte in Erde angebaut werden müssen, zusätzlich zu diesen ganzen anderen Richtlinien. Bei uns ist das der einzige Unterschied. Die Pflanzen stehen im Wasser. Die Nährstofflösung wird auf biologische Art und Weise so oder so hergestellt. Und ansonsten halten wir uns auch an alle anderen Richtlinien, die theoretisch für dieses Label notwendig wären. Ich glaube, dass das ein Politikum ist und dass das sich in den nächsten Jahren auch ändert wird, dass man eben auf hydroponische Anlagen auch ein Label bekommen kann. Wer sind denn die potenziellen Abnehmer für diese Containerfarmlösung? Also die Containerfarm an sich ist ja nur ein Produkt. Wir planen und bauen große aquaponische Farmsysteme. Abnehmer dafür sind im kleinen Communities, also dass man sagt, man schließt sich zusammen und man hat einen modernen Schrebergarten, in dem man sich selbst sozusagen Fisch und Gemüse anbauen kann für den Eigenverzehr. Im Großen ist es so, dass es ein Geschäftsmodell ist, ein nachhaltiges Geschäftsmodell, in dem man im großen Stil dann auch in der Stadt anbauen kann und dann im Direktvertrieb an Städter die Produkte verkaufen kann. Wenn man auf Ihrer Webseite herumschaut, so findet man immer wieder das Schlagwort Wasserverbrauch. Können Sie uns dies auf Ihre Lösung bezogen genauer erläutern? Also es ist so, dass, wenn man jetzt das globale Bild sich betrachtet, dass 70 Prozent des von Menschen genutzten Süßwassers in der Landwirtschaft verbraucht wird. Wasser ist eine sehr wertvolle Ressource. Ich meine, wir haben hier in der Schweiz und in Deutschland genug Wasser, aber wenn man nur einen kleinen Blick Richtung Süden Europas wirft, da ist Wasser schon sehr wertvoll. Und es ist auch so, dass, wenn wir hier Produkte kaufen, also jetzt im Supermarkt in der Schweiz und in Deutschland, die Tomaten, die wir bekommen, kommen aus Marokko, die kommen aus dem Süden Spaniens oder Italiens, sind lange Transportwege, bis sie bei uns im Supermarkt gekommen sind, haben sie hinter sich, wurden auf diesem Transportweg auch begast, damit sie reif wurden. Und wir haben Wasser aus einer ariden Gegend in eine wasserreiche Gegend importiert. Und das macht natürlich keinen Sinn. Und in unserem System ist es so, dass wir sehr, sehr effizient durch dieses Kreislaufsystem, sehr wasserschonend, Produkte anbauen können. Und wir durch diese Doppelnutzung mit dem gleichen Wasser Fisch produzieren können und mit dem Abwasser der Fische Pflanzen produzieren können. Das ist das Besondere an. Wie wichtig bei, also wenn man da ein bisschen an den kommerziellen Faktor denkt, ist da der Faktor Umwelt oder ist, also die Beweggründe sind die mehr, weil man etwas für die Umwelt eigentlich machen will oder weil man gesehen hat, ah, ich will etwas Umwelt beitragen und ich kann das kommerziell nutzen. Oder wie ist da so die eigene Motivation, ja, da vielleicht etwas zurückzugeben oder versuchen, der Umwelt gerecht zu werden? Ich glaube, insgesamt als Menschen müssen wir effizienter werden in allen Bereichen unseres Lebens. Also es ist so, dass immer Menschen auf der Welt leben. Wir verbrauchen immer mehr Ressourcen. Ressourcen sind endlich auf der Welt. Und wir müssen uns auf erneuerbare Energien, erneuerbare Ressourcen eben konzentrieren, um den Bedarf, den wir als Mensch haben, in jeglicher Hinsicht zu decken. Und unser Thema ist eben Ernährung. Wir möchten, dass die Ernährung effizienter wird. Und das ist das Ziel, was wir haben. Ich befinde mich hier vor der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, wo wir gleich im Anschluss ein Gespräch mit Frau Renker, eine Mitarbeiterin der Senatsverwaltung, führen werden. Für was ist Ihre Arbeitsgruppe genau zuständig? Diese Arbeitsgruppe, wo Sie jetzt hier sind, gehört zu einem Referat, was zuständig ist für das Stadtgrün überhaupt. Und hier wiederum für alles, was die Planung und den Konzeptionen von Freiraumplanung in Berlin gemacht wird. Dann Urban Gardening ist ja in gewissem Maße auch nicht ziemlich billig und es stehen ja auch nicht allen die Flächen zur Verfügung. Gibt es für Urban Gardening Fördergelder? Also gerade in den Bereichen, in denen es sozial schwierige Strukturen gibt, wo es viele Migranten gibt, wo es, sagen wir mal, der Bildungshintergrund eher niedrig ist. Dort sind in Wedding, in Kreuzberg, in Spandau, sind Quartiersmanagementgebiete eingerichtet worden. Die haben auch ein finanzielles Budget und die fördern Projekte, insbesondere die diese Quartieren eine Stabilität geben sollen und ihnen sozusagen soziale Sicherheit auch geben sollen. Und da kann es sein, dass zum Beispiel eine Fläche, die sonst immer total vermüllt war und runtergekommen ist, dass man aus den Nachbarschaften heraus eine Gruppe zusammenfindet und sagt, okay, wir versuchen jetzt hier mal so ein Urban Gardening Projekt zu installieren. Und die können finanziell unterstützt werden. Über diesen Weg gibt es keine Förderung dessen, sondern es gibt sozusagen die Möglichkeit, in den Quartieren über andere, also über sozusagen soziale Stadt als großen Titel, den wir hier haben, dann doch Mittel zu bekommen. Direkt hier neben dem Moritzplatz befinden sich die Prinzessinnengärten. Eines der größten Urban Gardening Projekte von Berlin. Die Prinzessinnengärten sind ein Projekt der urbanen Landwirtschaft in Berlin. Sie haben sich das Ziel gesetzt, einen Ort für gemeinsames Gärtnern und Austauschen von Gartenbauwissen zu werden, was sie weitgehend auch geschafft haben. Die Prinzessinnengärten befinden sich im Berliner Ortsteil Kreuzberg. Es handelt sich um eine ungenutzte Fläche, auf welcher viele engagierte Anwohner ihrer Leidenschaft zum Gärtnern nachgehen können. Es werden über 500 verschiedene Gemüse- und Kräutersorten mitten in der Stadt angebaut. In dieser von sozialen Problemen geprägten Umgebung können sich Menschen jeden Alters treffen und ihren Alltag abwechslungsreich gestalten. Außerdem befinden sich im Garten auch ein Café, in welchem auch die Produkte aus eigenem Anbau in vielfältiger Form zu verzehren sind. Hier am Ende unserer Reise quer durch die Hauptstadt Deutschlands, Berlin, haben wir herausgefunden, dass Urban Gardening mehr ist als nur ein Hobby, Menschen zusammenbringt und Zukunft hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Erstens. Erstens. Woveilation. Nachteil. Mögel.